Aaaaahhhh Ja! Wir sind da. Xtreme hat gesagt jetzt. Und dann war der Anker. Und jetzt heißt es für uns hier, der Rare der Moaning Star, die Leute abzufragen. Schonmal bei Taylor. Ja, er kennt die Uniform. ist so wie ich bin muss ich das machen oder reicht wenn einer von uns das macht ich nehme hier gucken was sie noch sammeln ja ich glaube ich habe es geschafft alles immer durchgeklickert aus zufälliger können weiß ich dass sie in canon cove graben und die leute würden sich hüten mich anzulügen vielleicht lieber noch mal gucken ob es wirklich das war eigentlich sollte es ja das sein vielleicht ob mein inventar leer machen sollen was jetzt den betrunken gefragt ich mit punkten mit dem es nicht gut geht so stummelchen eigentlich hat taylor gefragt ich werde jetzt in den uniformen ja 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 hallo ach schutzwede musik genau naja wo ist unser schiff ach da hinten nicht in der nähe des steaks ja warum wohl das frage ich mich oh kommando kam anker und da habe ich anker von dem falschen alles richtig hat nichts zu sagen außer gegner hier oder land im sicht ja ich habe alles zu sagen ich darf doch auch die flache hießen die blaue also noch mal an bord hast du dich schon markiert ja das sagen wir haben wir zwei doch mal die erste kuh die dann noch leer räumen wir können weiter fahren so bist du mehr du grad holz ins holz fast kennen der kopf ist südlich von uns noch proviant einlagern sehr gut da gab es zwar noch mehr zum holler aber oh ja ich auch mit reden südlich von uns ja wenig sagen aber da kommt schon das nächste schiff ganz schnell weg ich muss schießen ach da hinten ich will nicht schießen wir haben die flagge der morningstar gehisst mit den two stars können wir auch hießen könnten wir ja oma hießen soll ich nicht hießen wir sind freund okay ich hießen läuft flack gesetzt ja dann geht es jetzt nach kennen kauf jawohl südlich ja das ist nervig das geräusch ich habe ich mir den titel leicht matrose verdient ab der ersten ich halte leicht matrose der mikro ist aus wollte dennis mich wieder beleidigen ja er hat die macht wirken lassen und das mikro ausgeschaltet damit er nichts hört böser ist dumm ich muss sich gerade überlegen wer jetzt böser war ja da vorne kommt jetzt noch eine felsformationsinsel soll ich die umfahren ich weiß nicht ob wir da hin müssen mal der kurs das mal kurs wir müssen da genau hin also volle lotte rein breitern das würde ich nicht empfehlen das war aber jetzt gerade gesagt volle lotte rein breitern dann höre ich halt mal auf die befehle von dem typen da oben jaa wird sicher lustig ein bisschen links noch ein bisschen links noch ein bisschen links jetzt ganz doll links sonst schmeißen wir den anker boah voll ins steg rein geil ich weiß ja nicht wer gesagt hat voll der rein ich brauche hilfe jaa ich sehe hier nichts mehr studiert du hilfe draußen ist schon lange bekannt ich finde den abstieg ne repariert das schiff warum höre ich denn zum spiel repariert das schiff ja es reicht das macht nicht mehr ich versuche auf die insel zu kommen ohne dass das schiff sich dreht das schiff ist repariert ich habe da jetzt alles hier repariert jaa das war schon lang so ganz allein was ist schlimm mit euch mit euch mit euch ja auf jeden fall sind wir jetzt dichter dran an der insel als vorhin ja wie willst du hier rauskommen man drehen mal ein bisschen bei marcus nimmt das leuchtende zu leo und wir müssen hier alles angucken quicken das schon mal aufschiff wieder zu los jetzt hier zack zack Krass zack 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 schabernack das ist ja toll dass sie eine truhe aufs schiff bringt ja wir bringen wenigstens hier das wichtige auf dem schiff wenn wir etwas finden nehmen wir es auch mit als wichtig sein können ja dann wir sind nur aufs geld aus noch nicht bemerkt ja bist du gestorben doch was stirbst du denn doch sag ruhig nein nein das wir verletzen so dumm schmolz du wieder hat jetzt so lange ruhe von dir und jetzt auch mal wieder sagen was soll du meinst du hast dich jetzt erholt und jetzt kann ich wieder richtig loslegen ja ich habe es genossen weil man kommt hier nicht so jeder bist du also ja da ist so einer da ist richtig sauer damit ihr kriegt was euer leicht patrosis ja marcus wo bist du denn keine andere spiele nur 100 schubs gibt mir deine befehle hey macht doch mal licht ja ich habe ganz allein den ketten gerade für sie da hinten irgendwo war da konnte ich kein lichten hast jetzt die befehle eingesackt ja coole musik wo bei dir im hintergrund na ist doch gut wenn du die cool findet wieder diese scheiß kuh gedrückt was haben wir jetzt für einen plan zur nächsten insel zu gehen ja wir müssen noch was ausbuddeln aber stummel ist halt ein bisschen so schnell genau noch nicht der text schon wieder doch der text schon wieder wo geht es los ich bin stift ja woher holt er denn stift oder zettel antin hast du ein stift und zettel neben dir liegen warte ich muss zwei meter laufen wieso bist du schneller bin ich habe zu schreiben hast du keinen bock zu schreiben ja okay warte schrift warte mal bitte auf captain schädel überschrift überschrift mhm ok schädel ja marcus hat es gefunden wir brauchen es nicht machen es tut mir leid war es genau derselbe text wie das letzte macht keine ahnung ich habe es auch einfach gebuddelt wo ihr das letzte mal gegraben habt ich glaube schon gut ok na dann kann ich einen aufheber mitnehmen oder ja natürlich ach so warte ich muss ja noch ein bisschen ausbuddeln glaube aber irgendwas kommt bei mir ja ich habe es schon getötet ach so die texte sind nicht immer gleich eigentlich nie also das war das was du statt schon ausgebuddelt hast wo wir doch ja glaube sind ja komm mit weil sollten die nie immer gleich sein jetzt brauchen wir dann noch da brauchen müssen wir doch noch irgendwas haben oder ja auf die ernährste insel müssen wir dann ach so ich lege das mal ohne nah ja ich lege das mal ohne nah ja ich lege das mal ohne nah ja ja ich lege das mal ohne nah so so und ablegen oder Ja, aber dann hole ich die noch. Ja, ein oder zwei Bananen, also das Fass ist noch komplett voll. Was ist das, ne Lüge? Kanonekugeln. Lüge. Das ist keine Lüge, komm her. Das Fass ist nicht komplett voll. Und wenn du das jetzt alles aus den einzelnen Fässern da rein machst, sieht's nicht. Nein, ich hole gerade noch das Zeug aus den Fässern. Hier kannst du nochmal herkommen. Du deine Nahrungreichsortien und an dem Fass sind nochmal fünf Nahrungssache drin hier. Die sind gerade nachgespawnt. Ja, lüge mich nicht an. Ja, nein wirklich, ich war komplett leer. Sei dir jetzt Antwort. Ja. Ich schloss hier gerade noch die Nahrung ein, dann komm ich wieder hoch. Ich hatte echt dieses Pulverfass. Ja, vor dir in Acht. Markus, warum machst du den Anker jetzt nach unten? Habt du doch gesagt, oder? Wir wollen hier weg von der Insel. Wir wollen weg von der Insel, warum machst du den nach unten? Achso, ich dachte immer, der ist noch ohne. Nee, der war oben, das sieht man doch. Wenn das Ding oben ist, dann ist das oben. Ich hab gedacht, der muss noch hoch. Das lenkt durch Dinge so und auf einmal machen wir den Anker wieder runter. Ah, einmal mit Profis arbeiten. Du arbeitest die ganze Zeit mit Vollprofis, Alter. Komisch. Kenn ich gar nicht. Doch, du kennst. Kann nix und weiß nix. Ah. Kann ich nicht ohne. Wolle ich das noch weiter runter machen? Ein Stück hoch. Da sieht er doch nix. Das weiß ich doch auch nicht mittlerweile. Gott. Ich hab's ja schon so gemacht, aber... So, und wo müssen wir jetzt hin? Was hat man gesagt? Nach vorne. Das ist so lustig. Jetzt ist es genau so wie vor Alachine. Wir müssen nach Nordosten. Also. Liked das Video, wenn es euch genauso viel wehtut wie mir. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Dann geht's auf Sankenkrowth, oder wie die Insel hieß, weiter. Bis dahin. Ciao.